Einen wunderschönen guten Morgen aus Tag 3 vom Lockdown. Ja, und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie es hier so ein bisschen aussieht. Wir müssen reden und müssen einfach mal etwas erzählen bzw. ich sitze ja jetzt vor der Kamera. Juli ist im Van. Und zwar ist es jetzt dazu gekommen, dass hier in Griechenland der komplette Lockdown herrscht. Wir haben es über einen Follower bei Instagram mitbekommen tatsächlich, weil wir uns selber gar nicht immer so eine Angst machen wollen, aber natürlich ist es auch wichtig, da informiert zu sein. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ab dem 6. November, das ist heute, drei Wochen Lockdown ist. Das heißt, es ist eine Ausgangssperre verhängt worden hier in Griechenland. Die genauen Informationen schwanken noch so ein bisschen, weil das sehr frisch ist und so weiter und so fort. Aber ich will da eigentlich auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ich möchte einfach nur sagen, dass es uns soweit gut geht. Wir haben entschieden, hier zu bleiben. Alex und Marie haben sich direkt die Fähre gebucht, sind am nächsten Tag losgefahren. Also am Freitag sind sie halt losgefahren. Sind noch nach Italien gefahren, weil die eben nicht so lange Zeit haben wie wir. Einfach aus dem Grund, weil sie Jobangebote haben bzw. feste Verträge schon, dass es im Januar losgeht. Bei uns sieht das ja halt anders aus. Wir haben keine festen Verpflichtungen. Ja, wollen jetzt erstmal schauen, ob das mit den drei Wochen was wird. Also es gibt halt die eine Seite, die sagt, das wird nur die drei Wochen sein. Die andere Seite sagt natürlich, es wird wieder dreieinhalb Monate dauern oder ähnliches so wie in meinem letzten Lockdown. ganz wichtig ist einfach nur zu sagen, dass natürlich jetzt nicht so übertriebener Content kommen kann einfach. Ich hoffe, das könnt ihr akzeptieren. Wir werden hier bleiben für drei Wochen. Wir haben einen super Tipp bekommen. Hier sind mehrere, also was heißt mehrere, es sind sehr sehr viele Vanlife-Familien bzw. Personen, die hier stehen und auch stehen bleiben für die drei Wochen. Zumindest sieht das ganz so aus. Wir haben auch schon ein paar nette Personen gefunden, mit denen wir uns zusammengesetzt haben. Es herrschen hier definitiv Regeln. Also wir haben direkt am ersten Tag, kam jemand zu uns, hat uns alles erklärt, wie es hier abläuft, weil das ist kein unbekannter Stellplatz. Also hier überwintern Leute auch im Regelfall, also nicht in einem Lockdown-Fall oder in einem Corona-Fall, sondern halt in der Regel. Und es ist so, dass jeder Van muss fünf Meter Abstand voneinander haben. Man darf nur mit sechs Personen zusammensitzen. Und wenn man halt zum Beispiel einkaufen möchte oder jetzt irgendwo vielleicht sogar weiterfahren möchte, muss man eine SMS schreiben. Da soll es wohl dann eine Antwort geben und dann darf man dementsprechend losfahren. Und wenn man beispielsweise von der Polizei angehalten wird, dann soll man das vorzeigen und hat dann sozusagen eine Bestätigung, dass man fahren darf. Ja, wie das Ganze in Wirklichkeit aussieht, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie sich das in welcher Form noch verändert. Das kann natürlich sein, dass sich das morgen wieder ändert und es heißt vielleicht, dass wir gar nicht losfahren dürfen oder ähnliches. Wir haben uns auch dickfett eingepackt mit Waren. Hier vorne ist noch ein kleiner Stand. Hier an dem Ort ist jetzt auch eine Wasserversorgung. Das heißt, ein Wasserproblem werden wir hoffentlich auch nicht kriegen. Ja, ansonsten wir dürfen ans Strand. Ihr seht, ich sitze am Strand. Wir dürfen sogar ins Wasser, zumindest momentan noch. Falls ich da irgendwas anpassen sollte oder so, werde ich das euch natürlich auch noch mitteilen. Falls wir hier Bilder zeigen oder Bilder machen und ihr seht irgendwie, dass irgendeine Regel nicht eingehalten wird. Wir sind nicht dafür zuständig, was andere Leute machen. Wir wollen dafür auch nicht zuständig sein und wir sind da auch nicht verantwortlich für. Also seid da bitte ein bisschen gnädig. Wenn andere Leute sich zusammensetzen, dann können wir da nichts für. Und hier ist es einfach so, wie es ist. Hier sind einfach viele Leute, die auch miteinander kommunizieren, einfach weil man sich natürlich austauschen möchte irgendwo. Und vor allem, weil man in so einer Situation vielleicht ist da auch nicht jeder so entspannt. Also wir waren auch erst mal, als wir das gehört haben, dass ein Lockdown stattfindet, ziemlich aufgebracht. Wir waren ein bisschen nervös, haben auch überlegt, sollen wir jetzt zurückfahren, sollen wir nach Italien fahren. Aber im Endeffekt haben wir dann gedacht, komm, wir versuchen es einfach mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. und ja, ansonsten schauen wir, wie es weitergeht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ich hoffe, bei euch ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Also in Deutschland scheint es zumindest momentan noch nicht so zu sein, dass es eine Ausgangsschwere verhängt wurde. Und ja, ansonsten kann man nur die Daumen drücken. Wie es jetzt weitergeht, weiß keiner, glaube ich, so richtig. Aber wir hoffen einfach mal das Beste und hoffen auch einfach, dass wir halt bald weiterreisen können. Und ansonsten hoffe ich einfach trotzdem, dass ihr natürlich dran bleibt. Wir werden das Beste draus machen. Wir werden ein paar Videos bringen. Vielleicht werden wir auch einfach nur mal ein paar Informationsvideos bringen, wie es hier überhaupt derzeit aussieht, wie es zu Corona-Zeiten ist zu reisen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, und dann werden wir euch da so ein bisschen mal aufklären, wie es bei uns aussieht, wie es für uns aussieht. Und vielleicht kann man ja mit dem einen oder anderen nochmal sprechen hier, weil es wirklich viele Leute sind, die hier sind. Und mal schauen einfach vielleicht, dass man da auch ein paar Informationen von anderen Leuten kriegt, wie es bei denen so aussieht. Ja, und ansonsten lassen wir uns das nicht vermiesen. Wir sitzen hier an einem riesengroßen Strand, der ist ungefähr neun Kilometer lang, wurde uns gesagt. Wir dürfen ins Wasser, zumindest noch. Und ja, das genießen wir jetzt einfach so gut es geht. Und ansonsten, ja, hoffe ich, ihr seid trotzdem dabei und motiviert uns ein wenig und drückt uns die Daumen, dass alles sich ins Positive wendet. Einen wunderschönen guten Morgen aus Tag 3 vom Lockdown. Uns geht's gut, die Sonne scheint und ich werde jetzt ein paar Pfannkuchen für uns machen. Heute ist der vierte Tag im Lockdown, klingt eigentlich viel schlimmer als es ist. Also wir können uns wirklich nicht beklagen, zumindest was den Ort hier angeht, was die Leute hier angeht und was die Situation hier angeht. Ja, und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie es hier so ein bisschen aussieht, wie das Ganze hier so gemacht wird, wie die Leute sich hier über Wasser halten, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie ich es ganz ausdrücken soll, aber hier bin ich jetzt gerade mal am Ende, beziehungsweise am Anfang von dem ganzen Areal hier. Man kann von beiden Seiten ranfahren. Hier im Hintergrund, da ist der Strand und Wasser und Meer und ja, hier geht's rein. Und ihr könnt das wahrscheinlich schon so klein sehen. Überall stehen Vans, große Offroad-Mobile, also alles mögliche steht hier. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen. Gerade für Leute, die sowas überhaupt noch nie gesehen haben, die noch nie im Vanlife-Bereich unterwegs gewesen sind, ist das glaube ich wirklich super faszinierend, wie die Leute sich hier einfach aufstellen und auch mit der Situation dann eben halt umgehen einfach. Die leben dann hier und es gefällt denen trotzdem. Also man sieht den Leuten eigentlich nicht unbedingt an, dass es sie quält, irgendwie hier zu stehen oder so. Und das finde ich echt wirklich, wirklich cool, weil die Leute wollen eigentlich ja wahrscheinlich reisen und ja, das können sie momentan halt nicht, genauso wie wir ja auch. Aber gut, wir machen das Beste draus. Ich zeige euch das Ganze hier nochmal vom Nahen so ein bisschen. Hier kann man schon ganz gut erkennen, sind Mülltonnen aufgestellt worden. Am Anfang, als wir hier waren, stand nur eine Mülltonne am anderen Ende und hier waren wir natürlich nicht. Allerdings vermute ich, dass sie hier auch noch mehr Mülltonnen hingestellt haben. Es sind große Mülltonnen und auf der anderen Seite, das zeige ich euch gleich, wie gesagt nochmal, es stehen auch nochmal drei Müllcontainer und zwischendurch sind überall Wasserstationen. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, euch hier zu duschen, Frischwasser zu organisieren. Dafür müsst ihr hier nicht rausfahren oder muss man hier eben halt nicht rausfahren, was in dem Fall ja eh nicht einfach so gestattet ist, sondern dafür müsst ihr euch hier quasi wirklich eine Erlaubnis holen, um zur Post zu fahren, um irgendwo einkaufen zu gehen und so weiter und so fort. Julie hat das glaube ich kurz schon mal angesprochen, zumindest haben wir es bei Instagram schon mal angesprochen. Ja, und wir fahren das Ganze jetzt hier einmal ganz kurz ab. Ich zeige euch so ein bisschen was, einfach so ein paar cinematische Aufnahmen. Und ja, wie gesagt, wir haben hier momentan noch keine Probleme. Solange wir Wasser haben, ist alles in Ordnung. Wir haben nochmal dick eingekauft, bevor wir hierher gekommen sind und jetzt quasi hier für drei Wochen stehen. Hoffen wir mal, dass es nur die drei Wochen sind. Aber jetzt nicht lang geschnackt, sondern mal schauen, wie es hier aussieht. Musik 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 Jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Ein paar Bilder habt ihr ja gesehen. Gerade so die Wasserstellen, so faszinierend. Die Wasserstellen waren schon vorhanden, gar keine Frage. Aber so die Abwaschtische zum Beispiel und die Duschen, die wurden halt jetzt in der Zeit gebaut. Und wir sind jetzt vier Tage hier, wie gesagt. Das ist echt cool, wie diese Community sozusagen zusammenhält und ja, irgendwie da was zusammenbastelt. Dass man hier halt vernünftig duschen kann, abwaschen kann und so weiter und so fort. Und übrigens, ich war natürlich nicht irgendwo beim Friseur. Das geht ja momentan gar nicht. Sondern Julia hat mir die Haare geschnitten. Also falls sich da der ein oder andere gewundert hat. Ja. Und für mich geht es jetzt zurück zu unserem Platz. Dann werde ich mal gucken, ob ich die Drohne nochmal starte und euch das Ganze auch vielleicht nochmal von oben zeige. Weil man will die Leute natürlich auch immer nicht so stören. Man will die jetzt nicht so direkt filmen. Vielleicht kann man von oben einfach nochmal einen Einblick geben, wie viele Vans oder wie viele LKWs hier stehen. Und da könnt ihr euch das auf jeden Fall dann nochmal angucken. Da wollten wir jetzt gerade losfahren zur Post und mal ein paar Bestellungen von Julia abgeben. Das hat sich jetzt leider, ja, verschoben. Und zwar ist es so, dass wir bei der Wasserauffüllstation waren. Wasser aufgefüllt haben nochmal fix und dann wollten wir eigentlich losfahren. Da ist mir aufgefallen beim Einsteigen ins Auto. Ja, mein Fußraum, der ist ein bisschen feucht. Wo kommt das Ganze jetzt her? Und zwar.